Was geht Freunde der Filme und Serien? Willkommen zurück in meinem Kanal, mal mit etwas anderem. Ich würde es jetzt mal ein Essay nennen, denn ich habe mir, wie ich gestern oder vorgestern schon oder davor schon in einigen Streams gesagt habe, die kompletten Boxen von Outer Limits, die unbekannte Dimensionen, bestellt. Und als ich da so die ersten paar Folgen wieder gesehen hatte, das war übrigens eine Serie, die man sonst nirgendwo anders findet und ich merke gerade, ich habe meine Kamera gar nicht richtig eingestellt, habe ich mir gedacht so, woran liegt das eigentlich, dass mir heutzutage keine Filme mehr so wirklich, oder auch Serien mehr so wirklich gefallen. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Und das liegt eigentlich daran, ja meine Haare sind fürchterlich, das liegt eigentlich daran, dass ich heutzutage eigentlich nicht mehr unterhalten, sondern nur noch belehrt werde. Und ich möchte jetzt hier nicht irgendwie die Keule schwingen von wegen, ja man sollte Schwarzen keine Rolle geben oder bla bla bla. Es geht mir eher darum, dass nicht, dass die die Rolle haben, sondern dass quasi immer die Rolle unnatürlich gestaltet wird für diese Leute mittlerweile. Und das sagen ja auch einige andere. Also wenn ich mir heutzutage eine Serie angucke, geht es nur noch darum, guck mal hier, hier ist ein Homosexueller. Der Homosexueller hat es so schwer in seinem Leben, er kann auch gar nicht böse sein, er ist einfach nur unterdrückt von der Welt. Guck mal hier, die Frau, die muss nichts lernen und schon gar nicht vom alten weißen Mann, denn sie ist perfekt. Und eine Frau ist genauso krass wie ein Mann oder noch krasser. Und der Mann ist immer nur der Vollidiot. Oder, äh, was gibt's noch? Ähm, Schwarze. Ja, Schwarze haben immer nur Probleme. Keiner von denen ist glücklich. Alle leben in Diktatur und Unterdrückung. Und unter dem Patriarchat und dem weißen Mann und keine Ahnung was. Und das ist halt super nervig, weil es einfach nicht abschalten lässt. Und ich sage ja nicht, dass diese ganzen Leute kein, oder dass diese Gruppen keine Probleme haben. Das ist ja nicht meine Botschaft hier. Sondern es sind einfach Storys, wo ich mich frage, so was soll mir das jetzt sagen? Es wird immer nur, es wird mir immer quasi nur das Gefühl gegeben, dass ich schlecht bin, nur weil ich weiß und männlich bin. Und es macht keinen Spaß mehr, diese Filme zu gucken. Und dann gibt's manchmal noch so Filme, die mich überraschen. Ich habe auf Netflix letztens einen Film gesehen. Ich habe ehrlich gesagt sogar den Namen vergessen. Das war, glaube ich, ein spanischer Film. Zumindest schien es mir so. Da ging es um, und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mehr davon erfahren wollt. Dann suche ich euch auch nochmal den Namen raus. Da ging es halt um ein Pärchen. Und leider ist die Backstory so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und das fand ich etwas schade an dem Film. Aber das tut nichts zur Sache. Es ist nur so ein bisschen Plotpist, damit der ganze Kram zugange kommt. Und zwar ging es darum, dass in Mexiko oder generell auf der Welt die Nahrungsmittel knapp wurden. Und dann fing die Regierungen an, ältere Menschen zu töten, um Ressourcen zu sparen. Die fingen an, Schwangere, fragt mich nicht warum die Schwangeren und nicht irgendwelche Älteren auf jeden Fall noch. Aber die Schwangeren an zu töten. Oder zumindest hätte man es einschränken können, insofern, dass man sagt, nur noch maximal ein Kind darf man kriegen oder so, wie es auch schon in manchen Ländern ist. Aber auf jeden Fall fingen die damit an. Und dann gab es da viele Menschen, darunter auch das Pärchen, worum es in dem Film geht. Das dann fliehen wollte nach Irland, die da wohl nicht teilnehmen. Und frag mich nicht, warum speziell Irland? Ich habe es nicht verstanden, aber ist egal. Und dann werden sie halt quasi von so Schlepper mitgenommen, mussten ihr ganzes Hab und Gut abgeben und werden dann quasi in Container eingelagert und über die Grenze geschmuggelt. Ja, jetzt hatte die Dame das Problem, sie ist halt hochschwanger. Sie wurde von ihrem Mann getrennt, der ist an einem anderen Container gelandet. Und alle in ihrem Container werden Spoiler quasi getötet, nur sie überlebt. Und als ob das nicht reicht, schafft sie es dann endlich auf dem Schiff. Und hier beginnt eigentlich der eigentliche Plot des Films. Ihr Container fällt ins Meer und sie ist quasi irgendwo, genauso hieß er, irgendwo, auf dem Meer und ja, muss jetzt irgendwie überleben. Und das Tolle an diesem Film ist, es geht nicht um irgendwelche rassistischen Eigenschaften, wo mir gesagt wird, öh, alle Weißen sind Rassisten, deswegen hat diese Frau es jetzt so schwer. Oder öh, sie lebt in einem Patriarchat, deswegen hat diese Frau es so schwer. Und sie will eigentlich der Anführer sein, der sie nie sein konnte, weil sie immer von Männern unterdrückt wurde. Oder whatever, sie ist auch nicht lesbisch oder generell homosexuell oder irgendwas in die Richtung. Nein, es geht einfach nur darum, dass dieses Paar miteinander getrennt wurden. Und sie sagt in einer Szene, und das finde ich auch sehr interessant, halt, ähm, so diese Frau, die tut mir leid, sie ist ja ganz allein. Und ihr Mann guckt sie an, sie ist schwanger, sie ist nicht allein. So. Was ich auch eine starke Szene fand, oder so ein starkes Statement. Und das von einem Mann. Und, ähm, genau das hat sie quasi auf hoher See auch am Leben erhalten. Sie wollte immer wieder zu ihrem Mann zurück, sie hat immer wieder gesagt, wie sehr sie ihn vermisst und so weiter. Und ich habe in keinem Moment das Gefühl, dass diese Frau ein Übermensch ist, dass sie in jeder Situation weiß, was sie tun muss, dass sie nicht irgendwie an dieser Situation zerbricht. Und das ist das, was heutzutage in Serien und Filmen fehlt. Ich konnte 100% den Schmerz der Frau nachvollziehen. Sie ist in einem Container gefangen. Sie ist irgendwo auf dem Meer. Sie hat keine Nahrungsmittel, kein Wasser. Sie ist hochschwanger. Sie ist ständig an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und versucht irgendwie immer wieder klar zu kommen und zu überleben. Und damit konnte ich mich zu 100% in diese Rolle oder in diese Figur reinfinden und mitfühlen. Und das fehlt heutzutage vielen Filmen. Wenn ihr manchmal so Superheldenfilme guckt, nehmen wir von mir aus so Paradebeispiele wie Captain Marvel. Die ist einfach von Anfang an eine Boss Bitch, die einfach nur von einem Mann unterdrückt wurde. Sonst wäre sie von Anfang an perfekt und krass gewesen. Langweilig. Dann Rey von Star Wars. Sie ist eigentlich von Anfang an krass und braucht gar kein Training. Fliegt nie auf Schnauze. Sie kann von Anfang an alles. Sie besiegt einen Jedi, der, oder beziehungsweise einen Sith, der jahrelanges Training hatte, mit dem Schwert geübt war. Und ist auch eigentlich nie wirklich in Schwierigkeiten gewesen. Langweilig. Genau das meine ich halt. Solche Filme sind heutzutage einfach mega langweilig und ätzend. Weil sie mir erzählen wollen, dass eine Frau oder eine Person, sagen wir mal neutralerweise eine Person, nichts lernen muss. Alles kann. Von Anfang an was Besonderes ist. Und das stimmt einfach in der Realität nicht. Du musst halt dein Leben lang auf die Fresse fallen, um halt daraus zu lernen. Du kannst nur laufen lernen, indem du immer wieder hinfällst. Und das macht diese Filme und Serien so unsympathisch. Und deswegen floppen auch die ganzen Marvel und Disney Filme an den Kinokassen. Weil sie einfach schlecht sind. Ich habe She-Hulk geguckt. Und an sich ist She-Hulk sogar ein sympathischer Charakter in den Comics. Ich habe jetzt nicht viel von der gelesen, weil sie halt nur mal ein Zeitcharakter ist. Aber was war die erste Szene, die mir als Mann vermittelt wurde in She-Hulk? Während Bruce Banner seiner Cousine sagt, pass auf, bleib erstmal hier. Wir müssen deine Selbstbeherrschung kontrollieren, weil wenn du ausrastest, hast du deinen Hulk nicht unter Kontrolle und so weiter. Was sagt die Frau? Ja, ich kann das einfach, weil ich bin ja eine Frau. Ich muss jeden Tag Selbstbeherrschung üben wegen Catcalling und sonst was und hast nicht gesehen. Was ist das für eine beschissene Botschaft? Mal abgesehen davon, dass es halt heißt, ja du bist ein Mann, du musst das alles lernen. Aber ich bin ja eine Frau, ich muss das nicht. Ich kann das einfach. So, trittest dir auch einfach direkt in die Eier und sagt so, ja du bist scheiße, wir Frauen sind besser. So, was ist das für eine Message? Wie soll so ein Miteinander zwischen Mann und Frau entstehen noch in Zukunft, wenn solchen Messages entweder Jugendlichen oder Kinder mitgegeben werden? Ja, der alte weiße Heterozisman erzählt euch gerade darüber. Das ist das, was mich unglaublich traurig macht und ich wollte einfach mal ein Video machen, wo ich einfach mal über meine Liebe zu Filme und Serien spreche. Und ich würde auch gerne mal in Zukunft ein bisschen qualitativ bessere produzierte Videos machen. Das war jetzt hier auf die Schnelle. Wo ich auch einfach mal ältere Filme und Serien wie zum Beispiel Outer Limits, aber zum Beispiel auch Buffy im Bann der Dämonen gerne mal so ein bisschen näher an die Leute bringen. Weil ich glaube viele, vielleicht auch die nach 2000 geboren sind, haben diese Filme und Serien einfach gar nicht mehr auf den Schirm. Weil einfach die in Vergessenheit geraten sind. Und dabei sind das wirklich großartige Filme und Serien gewesen. Ich kann mich an eine Zeit auf ProSieben erinnern. Da war tatsächlich, also man hat qualitativ hochwertige Serien gekriegt. Sprechen wir nun mal von sowieso Supernatural, was mittlerweile immer noch jeder kenne sollte nach der, keine Ahnung, 18. Staffel, die die hatten. Mittlerweile ist es ja zu Ende. Aber wir hatten auch, wie gesagt, Buffy. Wir hatten Outer Limits. Wir hatten Seven Days. Was nicht eine High-End-Produktion war, aber war okay. Dann ging ich mich noch grob an der Serie, ich war da noch sehr jung, wo ein Typ war, der quasi fünf Sinne hatte, die aber enorm erhöht waren. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der Sentinel oder so. Irgendwie sowas. Dann gab es halt Buffy, es gab Angel, es gab Charmed. Also da gab es ganz viele Serien, die wirklich lohnenswert waren, mit toll geschriebenen Charakteren, mit nachvollziehbaren Charakteren, mit starken Rollen. Und wenn wir von starken Frauenrollen sprechen, gucken wir uns einfach nur mal Charmed an. Und nicht dieses Remake, was okay war, aber schon wieder so, ich bin eine, keine Ahnung, Aktivistin. Ich bin eine Lesbe. So, lass sie das von mir aus sein, aber das muss doch nicht immer die Hälfte der Folge darum gehen. So, das war voll nervig. Und das war bei Charmed halt nicht so. Auch die hatten ihre Probleme, mussten aber zwischen sich stark sein, waren auch öfters mal stärker als die Männer und mussten die Welt retten gegenüber Männern, die halt vielleicht maximal assistieren konnten. So, das waren Rollen, wo man sich reinfinden konnte, aber die allen nicht diesen Hammer ins Gesicht geschlagen haben, so nach dem Motto, guck mal hier, das Patriarchat oder was auch immer. Und das ist genau das gleiche bei Buffy. Buffy wurde sogar von allen alten, weißen Heterozismen trainiert, damit die halt ihre Fähigkeiten perfekt einsetzen kann. Das ist ja ein Skandal. Wie kann das denn sein, dass sie nicht von Anfang an perfekt war? By the way, viele wissen es vielleicht auch nicht. Vor dieser Serie gab es sogar noch einen Film, der quasi die Vorgeschichte von Buffy darstellt. Der ein bisschen cringe war, weil da gab es solche Szenen wie, sie ersticht einen Vampir und der macht dann sowas wie, und jetzt sterblich. U, I, U, A und Autsch und Ö und dann sinkt er so ab und kommt wieder hoch und O, I und der war ein bisschen drüber. Das haben die halt perfekt in der Serie hingekriegt, dass das so dieses, diese perfekte Grenze war zwischen manchmal ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem cool. So, und, ähm, auch da, Buffy oder Sarah Michelle Gellar, super Rolle gewesen, wo man sagen kann, ey, das ist eine krasse Frau, eine krasse Heldin, ohne dass sie unrealistisch wirkte, ohne dass sie so ohne Schwächen wirkte, und ohne dass sie so, ich muss nix trainieren, ich bin von Anfang an voll krass Frau war. Genau das sind die Filme und Serien, die ich meine, die man sich geben sollte. Und jetzt wüsste ich mal gern eure Meinung dazu. Wie findet ihr das? Seht ihr das genauso wie ich? Oder sagt ihr, bff, du hast gar keine Ahnung, die Filme heute sind immer noch gut und natürlich sollten Frauen so dargestellt werden, oder Homosexuelle oder sonst was, oder vielleicht nur noch so in Serien sein? Wüsste ich mal gern in euren Kommentaren, ich brauche es mir schon, weil manche werden bestimmt voll krass abgehen dabei. Aber, ähm, ja, ich wüsste mir gern eure Meinung dazu, weil ich sehe mich immer noch als sehr neutral, ich sage ja, diese Leute haben Probleme, aber ich muss nicht in jeder Serie und in jeder Szene darauf hingewiesen werden. Und mein Lieblingssatz in einer Serie ist halt immer, danke fürs Mansplayen. Schreibt mir gern eure Meinung in die Kommentare und ob ihr noch mehr zu solchen Serien wissen wollt, dann würde ich ein bisschen recherchieren und vielleicht ein bisschen qualitativ besseres Video dazu machen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.